Dann nehmen wir, lass uns die hier vorne erstmal alle wegschaufeln, weil ich weiß nicht, ob wir hier vorne wieder... Oh, Hund! Oh! Hab ich mich gerade erschrocken? Hund, du frecher Hund! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stream 7 Days to Die! Heute mit der wunderschönen Sonnenschein-Gritt! Hallo! Hallo! Ja, und auf unsere zweite Frau müssen wir leider heute verzichten, mangels Seekräfte. Aber wir werden es, glaube ich, überleben. Wir werden weiter questen. Wir questen heute ein bisschen, genau. Aber vielleicht können wir, guck mal, ich gucke jetzt die ganze Zeit in deine Richtung, vielleicht können wir ja jetzt die Kerzen... Und die Stühle... Willst du die wirklich wegmachen? Nein. Dann werde ich getötet. Aber was sie machen... Nein, ich finde das sieht auch mega... Ich habe heute das Video geschaut von heute, ne, wo du die Garage gebaut hast. Ja. Und wenn du da immer im Haus vorbeigelaufen wirst, das sieht schon vorbeigelaufen wirst, das sieht von außen schon richtig cool mittlerweile aus. Ich würde das schon gerne noch ein bisschen verschönern und alles. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich schon auch gerne machen. Und mir ist aufgefallen, dass ich immer die ganze Zeit gequatscht, gequatscht. Du hast so schön gebaut und erzählt und irgendwie haben wir dir gar nicht zugehört. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Entschuldigung an dieser Stelle noch mal. Aber was wir jetzt mal machen, ich möchte, dass wir Manu ihre Öfen ausmachen heute. Die werden aus sein. Geh mal gucken. Schau mich da nicht rein. Oh, ihr habt das schon gesteint. Ja, natürlich. Er hatte das schon gesteint. Alles, äh, diesen Aus. Okay. Also sollte die Gefahr einer Schreierin jetzt gering sein? Dürfte jetzt durch die Kerzen höchstens noch. Aber durch die Schmelzen auf keinen Fall. Okay. Wie haben wir es denn? Wir wollen bei uns schnell eine Quest holen. Das würde ich sagen, ja. Ich schmeiß kurz die Schmelze an und dann holen wir uns eine Quest. Warte mal, ich muss aber, damit ich, ich habe ja das Stahl alles. Hallo Michael. Hallo Michael. Ich habe ja das Stahl alles verbraten. Damit das heute vielleicht was wir... Das, da werde ich eine schöne Garage bauen. Ja. Dann können wir das ja machen mit dem Ausheben. Ähm, ich wollte die Schmelze anstellen. So. Dann schmelze ich nämlich noch ein bisschen, äh, Dings ein. Das ist noch drin. Die kann ich einfach anstellen. Einstellen. Hallo Freizeitzurfer Einwohner. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, mal gucken. Also, Jens ist da. Findeltroll ist wahrscheinlich wieder auf Arbeit oder in irgendeinem Hotel. Ja. Ach, mein Motorrad habe ich ja jetzt auch in die Garage geparkt, gell? Ja. Der Wunder. Also, das wird noch schöner. Das war jetzt erst mal nur so der Grundriss, den ich mir überlegt habe. Viel größer muss da ja nicht sein. Das ist ja keine Werkstatt oder sonst. Das habe ich gerade überlegt. Ich habe das Blaue. Ich habe aber auch überlegt. Ich habe das Rot. Und, äh, wir hätten ja auch das Auto nehmen können, ne? Ja, ist egal. Aber mit Motorrädern sind wir, glaube ich, agiler, ne? Mhm. Also, was ich jetzt so im Nachhinein so, ähm, überlegt habe, warum der Server so geruckelt hat, ist wirklich, weil er, weil wir alle fahren. Links? Ach so, mir ist egal. Ja, weil da, die Stadt ist ja doch ein bisschen größer. Ja, ähm, weil wir alle fahren. Lavi war mit dem Motorrad unterwegs. Wir waren mit drei Fahrzeuge unterwegs. Ja. Das dann mit der Synchronisierung so überhaupt nicht klarkam. Oh, Kaffee. Ja, oh Gott, Kaffee Marsch. Ja, ich kann auch beim Fahren trinken. Dankeschön, Proxima. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich hatte heute auch zwei Kaffee. Ausnahmsweise. Ihr hört keinen Game Sound, warte mal. Warte mal, ihr hört keinen Game Sound? Oh, einen Moment. Du musst mich mal kurz beschützen. Wir fahren jetzt einmal ganz kurz zum Händler. Ja. Damit ihr es aufsehen. Und dann schauen wir ja gleich nochmal, wenn wir uns eine Quest holen. Dann schauen wir nochmal. Hm. Es geht gar nichts mehr. So, ich sollte vielleicht Dings. Wir holen einmal die Quest, bevor die Zeit um ist. Ja, es ist 18 Uhr. Ja, ich muss glaube ich. Da müssen wir jetzt nicht machen in der Nacht, aber zumindest, dass wir schon mal eine haben. Das Problem ist, dass ich mein Büro ein bisschen umgebaut habe, dafür den PC abgebaut habe. Ah, okay. Und dann verstellen sich immer diese Böden. Ah, okay. Aber ich kann der Olli gleich mal schauen, ne? Nee, Olli kann bei VoiceMe. Der kennt Olli. Er kann nur Kalle. Ah, okay. Okay. Er kann nur der Kalle. Wollte nur mal kurz reinschauen und Hallo sagen muss, wie der gleich auf Nacht schickt. Und Stress, zu viel Arbeit und einen schönen Abend noch alle. Zu viel Stress ist nicht gut, lieber Michael. Nee, das stimmt. Lass das sein. Lass es dir gesagt sein. Und wenn es viel Stress gibt, versuchen gegen zu entspannen. Was zu suchen, was dich entspannt. So zum Ausgleich. Ansonsten wünschen wir dir natürlich eine ruhige Schicht. Auf jeden Fall. Das ärgert mich jetzt. Ja. Kalle, mach dich bereit, dass du gleich mal für mich da bist. So. Boah, ich laufe hier gegen den Balken. Wieso tust du das? So. Hast du irgendwelche Aufgaben? Reviertier nicht, ne? Normale Stufe 3, Dings. Ja, genau. 3, 3, 3. Ich würde sagen, ich nehme eine Abholquest 168 Meter. Ja. Ja. So. Fantastic, sagt er. Okay, we have a deal. Scheide, dass ihr das nicht hört, ne? Ich habe die gleiche. Ich habe Abholen, Säubern, 438 Meter, dann Abholen, Säubern 232 Meter, vergrabene Vorräte. Ja, so wie du möchtest. Wie du, wie du gerne hättest. Wir machen, ich würde sagen, warte mal, ich gucke mal, was die Abholen Säubern ist. Storgun. Storgun. Der Shotgun. Wir nehmen den Shotgun. Yay. Okay. Thank you. So. Wollen wir drin stehen bleiben? Nee, der schmeißt uns nicht raus, da habe ich keine Lust drauf. Der schmeißt uns raus. Autsch. Seid froh, dass ihr dieses Geräusch nicht gehört habt. Ja, oh, dieses Blung, 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 Blung. So, du passt ja auf mich auf, ne? Ich passe natürlich auf dich auf, selbstverständlich. Du bist auf der falschen Spur jetzt, aber ist egal. Solange ich die Leute nicht doppelt beschale, ist dann alles nur uns. Nein, alles ist gut. Also ihr habt den Spielsound und Grit. Auf einer Spur müsst ihr mit leben. Und ich muss dann den Spur anders schneiden. Da kommt jemand noch an. Wer ist das? Ach. Das war bestimmt weit der Welt. Komm, ich gehe mal gucken. Ich gehe mal neugierig. Vielleicht die Keule wegpacken, das ist nicht so nett, wenn man mit der Keule rumrennt. Irgendwann ist gerade hier reingestirn, gestürmt. Sag ich doch, ist White Devil. Wieso hat der schon was anzuziehen? Nein, da soll es vorbei sein. Oh, hier, guck mal, der schmeißt das Zeug raus. Pflanzenfasern. Hallo. Ist du eine Frau? Was there something else? Guten Tag. Tschüss. Wo ist Tiptup im Chat? Tiptup ist im Chat. Ja, Tiptup hat keine Kugels. Manulein kann heute leider nicht. Augen, augentechnisch heute nicht so gut. Nach Hause, oder wollen wir die Quest jetzt noch machen? Eine können wir jetzt machen. Nimm mal deine. Die, die echt? Oder meine. Nee, wir nehmen eine. Pass auf. Warte, wir nehmen eine. Ich tue die ausdenksten. Ja, teile die. So, äh, hier, Quest. Abholen, Quest. Äh, Kartanzeigen. Quest entfernen. Äh, wie teile ich denn die da? Ja, ja, mit diesem, mit diesem, äh, wenn du draufklickst, hast du ja diese, diese, äh, Männchen. Hab ich nicht. Weil wir nicht verbunden sind. Weil wir nicht verbunden sind. Warte. Warum sagt keiner, dass wir uns verbinden sollen? Dann bestimmt schon zehnmal im Chat. Wahrscheinlich. Ja. So, und jetzt kannst du auch teilen. So, jetzt kannst du auch teilen. Ja, jetzt hab ich auch Männchen da. Best Teil. Oh. Alles klar? Die sind taub. Ja, aber echt. Oh, aus. Ja. Herausforderung begonnen. Yes. 7D-Strafbank. Ja, leider. Wir machen ja endlich mal was, was, was knackiges, weil es da auch was. Was ist das hier? Cracker Book? Nee, doch. Nein. Nein, nein. Hier haben wir die Quest? Ja. War mir da nicht schon drin? Aber die wird hier zurückgesetzt, ne? Doch, doch, wir haben hier schon, wir haben hier schon geplündert. Warte, warte, warte. So, jetzt bin ich da. Keine Müdigkeit vortäuschen. Zuckelmuggel, 200 Gänse. Ja, guck mal, jetzt spawnen nämlich wieder überall die schönen Sachen. Ja, ja. Aber erst mal. Da oben steht einer, guck mal. Der kommt gerade runtergesprungen. Oh, hallo. Hallöle. Guten Tag. Oh, noch einer. Da sind ja bestimmt noch welche. Oh, guck mal, hier. Oh, guck mal, hier entwickle. Madame. Oh, das kotzer. Warte. Wer? Ich habe keine Ausdauer, wieso habe ich den nicht ausgenommen? Oh, natürlich bin ich jetzt schon wieder infiziert. Kannst du dich einfach sterben? Wie, die normale Mensch? Jetzt erklär mir mal, wieso meine Ausdauer weg war. Ich habe da gar nichts gemacht. Ach, weil ich hungrig bin, glaube ich. Da reduziert sich die Ausdauer. Eine Torte, danke schön. Ey, nicht nur eine Torte, ich gebe dir auch nicht nur eine Torte. Zwei Toren. Ja. Genutzen. Jam, 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 jam. Dankeschön. Sehr gerne. So. Hast du zufällig Antibiotika einstecken? Äh, ja. Hab ich. Hier bin ich. Stopp. Die leuchte ich. Antibiotika, bitteschön. Das ist ja das Gute. In die Wandel in der Apotheke. Nö, das nehme ich nicht, das Gute. Das Gute im Nass. Nein. Nimm's. Nein, das nehme ich nicht. Das heilt bis 25. Ja, mach es doch jetzt. Nö. Halb so viel. Zuhause. Wir haben genug Zeug zuhause. Ja, aber ich glaube, das richtige Antibiotika nicht so viel. Wo ist denn unsere Kiste? 15 Meter, ich glaube, da müssen wir nach hinten. Ich mach erstmal Regale leer. Ach so, ja. Und vorher angefangen? Du musst auf jeden Fall heute mit looten. Ja, ich bin schon dabei. Ich fang mal hier rechts auf der Seite an. Ich weiß nicht, wo ich schon war. Hier ist leer. Ja. Ich nehme auch los hier. Vielleicht finde ich eine Waffe. Manu, ärgert sich. Wenn wir die Waffen nicht. Nicht. Ja, kommt drauf an, was es für eine Waffe ist, Manu-Lein. Da kann man ja verhandeln. Hoch. Nein, aber ich finde es immer nur Kram. Wobei, wenn wir jetzt gleich nachher den Gun haben, das da könnte schon was hübsches drin sein. Den hatten wir, glaube ich, so gelootet, aber mit Quest ist ja dann auch nicht verkehrt. Das ist ja auch ganz gut. Hast du denn dafür Schränke auf? Das war gerade die Zimmertür. Gata Lee ist reingekommen. Ach so. Der hat sich die Tür geöffnet und ist reingekommen. Ich habe gerade, wir haben... Quietsch, quietsch. ... gerade mal hier den Hund rausgelassen. Ja. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles, ne? Und es wird nichts weggeschmissen. Nein, ich meine sie nicht. Ich meine sie nicht. Wir sind hier so in einer Wegwerfgesellschaft. Ja, aber echt mal, hey, sowas. Jetzt haben wir doch große Inventare. Jetzt können wir doch, ähm... Wenn du kannst... Hier ist noch ein Regal. Mit Plattstick. Und hier ist noch eins. Hier, guck mal, da, wo diese Schrauben. Da kannst du noch. Da waren nur Lappen. Vier Meter. Oh, hier oben ist meine Tasche. Auf dem Automat. Ich habe meine schon mal. Äh, meine so. Incoming enemies. Pfeff, stopp weg. Pfeff, pfeff. Ich habe nur eine mit der... Ah, ich habe meine Waffe auf der falschen Stelle. Das ist nicht gut, ich muss die wieder umpacken. Warte mal, die Waffe kommt nämlich hier hin. Verdammte Axt. Aber echt, mei. So, jetzt aber. Weil ich kann meine... Ich kann nur natürlich... ...die Biotika, wenn du das möchtest. 0,9. Das schaffen wir. Schaffen wir das. Guck mal, ins Klo. Vielleicht ist ja was Tübsches drin. Ne, Papier. Papier, Papier. Die sind draußen. Die gehören gar nicht dazu. Die wollen mitspielen. Unverschämt hat. Ich baue mal hier das Ding ab, da ist ein Stahl drin. Ja. Die kommen jetzt gleich rein, ne? Die haben sich hier gleich durch die Tübe gezogen. Ja, aber das ist noch ein Ding davor. Ein Einkaufsfragen? Halt doch mal still, du Spanko. Das ist ein Sack, das ist ein Sack. Das ist ein Sack, das ist ein Sack. Das war doch was Gelbes. Das war dein, sein Körper. Ja, ja. Ach du, blödi. Ich habe gedacht, da ist ein Sack. Vortäuschung falscher Tatsachen. Du kannst sie doch nicht einfach so bezeichnen. Nein, nein, natürlich. Aber guck mal, schwebende Tasche, ne? Der Automat ist weg. Ja, ja. Also meine ist ein Stockwerk höher, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo, durch die Toilette ist wahrscheinlich irgendwo eine Leiter nachlesen. Wollen wir hier vorne erstmal alles wegschaufeln? Ja. Da kommt schon der nächste angedackelt. Da war auch hier von draußen, oder? Ja, ja. Oh, das ist ein schöner. Ja, hier gibt es ganz viele Tüchten in diesem Lager. Und? Fertig. Ah ja, warte mal. Ganz kurz, wenn der... ...wand? Ein paar Dinger hinmachen, ne? Oder so. Ja, ja. Aber wenn er dies bauen, will ich gleich noch mehr reinmachen. Wann dies kommt das rein? Guck mal. Das reicht. Okay. Das reicht, weil das sind ja, das sind jetzt 1500. Ja, wollen wir da vorne erstmal alles wegschaufeln? Ja, ich habe ja schon ein bisschen was gemacht. Dann nehmen wir, lass uns die hier vorne erstmal alle wegschaufeln, weil ich weiß nicht, ob wir hier vorne wieder... Oh, Hund! Oh! 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 Ja, ich habe 5 Knochenmesser, aber halt Knochenmesser. Ich habe 5 Knochenmesser. Ich habe 5 Knochenmesser. Ich habe gesehen, wie Tobi, mit dem Knochenmesser Level 1, da elendlang auf das Tier eingestockt ist. Oh, Alter. So, jetzt probiere ich natürlich meine wunderhübsche neue Wunderbärchen. Guck mal kurz her rein. Huh! Huh! Halbi! My senses have picked up something. Hier, guck mal, jetzt schon ein wunderhübscher kleiner Raum. Ja, ich gehe mal hier das Holz schon mitnehmen. Oh, dann klopfe ich die Kiste schon mal auf. Du hast hier vorne jetzt tatsächlich schon alles weggekommen. Ja. Okay. Komm her, ich habe hier die Kiste aufgeklopft. Ja, ich bin bei dir. Ich komme, ich fliege. Da. Du. Ja, Halbi hat einen mit der Axt bekommen. Mit der Pick-Axt. 26 Steine in der Rahmenform. Oh, schon. Das ist doch gut. Oh! Ich habe gerade den Müller mehr erstochen. Mit dem Messer. Ich habe immer meine Kräte in der Hand. Hier, guck mal, komm mal. Komm mal zurück, zurück. Ja. Oh. 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 Das Gute ist, vier Augen sehen wir, obwohl wir haben sogar acht, ne? Wir haben hier beide die Brille auf. Sohn in Irr. Nee, wir müssen hier durch diesen Raum pass auf. Hier kommen jetzt viele. Hier kommen viele, ne? Da habe ich mir auch schon gedacht. Aber hier ist eben viel Loot. Ja, ja. Mal sehen, ob die auch eine Reine reicht. Na, guten Tag. Das ist ein kleines Stück. Ich komme leider nicht rein. Incoming enemy. Erste Komplakt. Noch mal ein Stück rein. Ich mache mal hier die Tür zu. Ein Stück rein und dann... Da müssen wir dann aufs Dach. Ja, hier kommt die nächste... Guck, die kommen nämlich vom Dach schon mal gepurzelt. Ja, ja, dann sollen wir mal langsam runterkommen. Drück für Stück. Die halten nix mehr aus, die Teile. Ja, also echt mal, hey. Hier waren wir noch nicht in der Küche. Guck mal hier. Ja, hier sind die ganzen Kisten. Ich schlack die schon mal auf, ne? Ich schlack die, ähm... Ich gucke hier draußen mal kurz in die Küche. Okay, komme ich nicht hin, aber hier komme ich. Ich mache mal Lucky Lucky in die Küche. Du willst du schon hier nur Essen abgreifen? Zwei Knochen habe ich gefunden. Davon werde ich nicht satt. Und leere Dosen. Also ernsthaft, hier sind entweder leere Dosen oder Knochen. Knochen, nein, jetzt habe ich... Äh, Kaffee, vielleicht Kaffee. Ja, Kaffee-Pulver. Also ich habe immer noch was zu essen, ich sage es dir. Ich habe genug zu essen. So, gut. Du musst auf keinen Fall verhungern. Das ist hier gut. Den Eben. Den Eben. Oh, ich fange hier schon mal an zu schaufeln. Du kannst hier Kisten auch machen, genau. Ja, hier muss ich mich aber einmal hochdecken. Hm. Habe ich so viele, so viele Rahmenwürfel. Hm. 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 Ja, ich habe auch immer leider, ne? Leere Dosen nicht. So lässt er mich da nicht. Oh. Ist doch nichts Schlimmes, naja. Wie man es nimmt. Hier oben auch noch eine. Wo ich bin. Ja, hast du... Achso, ja. Was kommst dran? Ja, willst du, willst du reinkommen? Ich habe mal aufgemacht. Ich habe ja auch noch eine. Achso. Ein Blocke. Und zwar... Luglug. Äh, fünf Stahlwerkzeugteile. Ich werde hier vollgeschüttet mit Rahmenwürfeln. Ja, wir brauchen ja auch noch, wir wollen ja auch noch ein bisschen bauen. Und guck mal, für die Gara 30. Alle haben geschaut. Ja, ja. So, hier müssen wir jetzt durch zum Dach. Und da werden wir gleich Freunde finden. Ein Teil war ja schon runtergekommen, aber ich gehe mal, Geier sind bestimmt da. Ich nehme mal eine Sprache. Freule. Jawoll. Boah. Globen. Hallo Freunde. Einer da. Also meine Tasche soll... Hä? Wieso ist das jetzt einen Meter tiefer? Und nein, ist sie jetzt irgendwo zwischen oder was? Ja, da ist ja so ein kleiner Zwischenboden. Der hier? Vorsicht, Vorsicht. Tut dir nicht weh. Vielleicht war die ja da, wo wir gerade die ganzen Kisten hatten. Ja, wir können ja gleich, wir müssen ja eh, wir können ja hier wieder durch gleich. Lass uns erstmal hier oben. Dann lassen wir hier oben looten, dann gucken. Weil hier, das ist ja auch der Raum. Von hier kommt man ja eh in die... Aber hier ist nix, ne? Oder? Bin ich jetzt mit Blindheit geschlagen? Wo ist denn der Haftloot? Hallo Sonja! Haftloot! Haltung angenommen! Oh, gleich mal die Strecke dabei! Huch! Schaffst du? Ja, ne? Du wirst gehauen! Du wirst gehauen! Wo kam der denn jetzt hergeschlichen, der Lohn? Ist ja wohl eine Unverzehendheit. Auferstehendheit nicht sicher! Vielen Dank.